Eines der größten Probleme beim Sculpen ist, besonders wenn ihr die Gliedmaßen einzeln gebaut habt, das Ganze ohne scharfen Übergang zusammenzusetzen. Und zwar ohne, dass ihr mit dem Vertex Remesh alles auf eine Detailstufe setzt. Unser Problem ist nämlich, dass zum Beispiel die Füße einen unglaublich hohen Detailgrad haben und wenn wir den anwenden würden auf unser komplettes Mesh, kommen wir wahrscheinlich bei 10 Millionen Trees raus. Als erstes nehmen wir mal einen anderen Shader, der ist einfach viel hübscher. Wir markieren bloß den Torso und die Beine und schauen, dass wir einen Apply Transform machen. Dann setzen wir einen Boolean Modifier drauf auf Union und markieren dann das zweite Objekt. Das erste Objekt können wir jetzt ausblenden, in dem Fall die Beine und dann einen Apply Modifier. Danach haben wir das Ganze zusammengefügt. Mit dem Sculpt Brush können wir jetzt beides glätten. Wichtig ist, dass wir vorher über Dino Topo checken, wie viel Vertices wir eigentlich an Feinheit haben. Das heißt, mit der Pipette können wir auswählen, wie fein ist das Mesh der beiden Objekte und in dem Fall sind die Beine um die 80 rum. Das bedeutet, wir können glätten, ohne dass sich Artefakte bilden. Einfach mit dem Smooth Brush drüber und dann die Form einigermaßen anpassen. Wir haben ja kein ordentliches Hinterteil hinbekommen, da wir beides überhaupt nicht ordentlich verbinden konnten vorher. Es waren zwei getrennte Meshs. In dem Falle ist das jetzt vorbei. Wir können jetzt anfangen, den Hintern auszusculpten. Verwendet jetzt nicht allzu viel Zeit drauf. Wir werden nachher noch ein komplettes Makeover machen. Das heißt, nach dem Verbinden der beiden Meshes werden wir uns in einem zweiten Tutorial ausschließlich darum kümmern, dass die Form ordentlich aussieht. Im Moment ist das eben noch nicht der Fall. Wir haben unsere Beine eingeblendet und unsere Füße. Jetzt machen wir ein Boolean auf Beinen und Torso mit Union wieder. Dann markieren wir unsere Füße und blenden die alten Füße aus. Jetzt können wir unseren Modifier applyen und zurück in den Sculpt-Mode gehen. Jetzt müssen wir wieder die Meshstärken der beiden Elemente prüfen mit dem Dino-Topo. Das heißt, erstmal die Füße, die haben über 300 und danach prüfen wir nochmal die Unterschenkel. Die haben 72 und jetzt machen wir einen Trick. Wir fügen zu den 72, die wir hier haben, plus die 330, die wir an den Füßen haben. Die rechnen wir zusammen in Klammern wegen Punktvorstrich. Und dann geteilt durch zwei. Dann haben wir genau den Durchschnitt von beiden und das wird unsere Stärke für den Dino-Topo. Der ist in der Lage, neues Mesh zu generieren und zwar mit einer vorgefertigten Feinheit, die wir jetzt hier als den Durchschnitt festgelegt haben. Mit dem Draw Brush können wir jetzt hier die Schnittstelle einmal bemalen. Damit generieren wir neues Mesh in genau der Stärke, die wir wollen. Und dann gehen wir mit dem Smooth Brush drüber, der das neu generierte Mesh einfach als Vermittler nimmt und somit einen glatten Übergang gibt. Wenn wir einfach so glätten würden, dann würde er ziemliche Probleme bekommen und Artefakte bilden. Das liegt daran, dass wir sehr, sehr viel größere Faces auf der einen und sehr viel kleinere auf der anderen Seite haben. Jetzt haben wir sozusagen ein Zwischen-Mesh erschaffen von der Feinheit her und das ermöglicht uns jetzt einen ordentlichen Übergang zu schaffen. Das werden wir jetzt auch anwenden bei den Händen und beim Halsübergang zum Kopf. Glättet die ganze Geschichte, schaut, dass ihr ein kleines bisschen nochmal die Muskeln und Knochen so ausarbeitet, dass sie wieder zusammenpassen. Je nachdem, wie es bei euch aussah, ist es mehr oder weniger Arbeit. Jetzt kümmern wir uns um die Hände, wir blenden sie ein und machen genau das gleiche nochmal. Wir hauen ein Boolean-Modifier mit Union drauf, markieren unsere Hände. Es dauert jetzt alles wieder ein kleines bisschen länger, umso mehr Mesh wir haben. Applieren wir wieder. Die alten Hände können wir und die alten Füße löschen wir immer weg. Dann gehen wir auf den Sculpt-Mode wieder und prüfen wieder unser Mesh mit dem Dyne-Topo. Lacht mich ruhig aus, weil ich manchmal Dyno-Topo sage, aber irgendwie geht es mir leichter von den Lippen. Wir prüfen jetzt wieder den Unterschied der verschiedenen Mesh-Stärken und werden uns dann wieder den Durchschnitt ziehen. Man könnte das Ganze auch im Kopf rechnen, aber ich liebe den Taschenrechner in den Zahlenfeldern von Blendern. Wichtig ist die Klammer, ansonsten rechnet er bloß den zweiten Wert mal und dann subtrahiert er das Ganze vom ersten Wert und das ist nicht, was wir wollen. Danach wieder glätten, Draw-Pencil ist mal drauf. Reines Glätten wird den Dyne-Topo standardmäßig nicht aktivieren. Das bedeutet, wir malen vorher einfach ein bisschen drin rum. Wir haben sowieso an den Übergangstellen hin und wieder mal zu viel oder zu wenig Mesh. Von daher brauchen wir uns da gar keine Mühe machen. Überall, wo ihr glaubt, der Übergang ist noch nicht ganz passend, einmal mit dem Draw-Pencil hin, smoothen und fertig. Diesmal erspare ich euch das Ganze. Wir haben jetzt schon zum zweiten Mal gesehen, wie dieses Finden des mittleren Vertex-Wertes funktioniert. Genau das Gleiche habe ich hier auch gemacht. Wir haben wieder mit dem Dyne-Topo gearbeitet und jetzt smoothen wir das Ganze wieder aus. Der Draw-Pencil ist in dem Fall etwas größer, da wir einen größeren Bereich als Übergang wählen müssen. Der Hals, der führt in dem Falle ja noch ein ganzes Stück weiter nach unten. Wir möchten die Muskelstränge noch ein bisschen verbinden, den Nackenübergang, sowie die Sehnen am Hals, den Kehlkopf ausarbeiten. Mit der Methode solltet ihr eigentlich keine großen Probleme haben. Sollte dennoch etwas auftreten, der Discord ist für euch immer offen. Wir haben sehr, sehr viele Leute, die sich mit dem Scalting und generell mit Blender sehr gut auskennen. Und ich persönlich schaue auch, dass ich so viel helfe, wie ich kann, wenn ihr Probleme habt. Schickt auch gerne eure Blend-Datei rein und ich sehe sie mir persönlich an. Wenn ihr mit dem Ergebnis zufrieden seid, dann haben wir schon so ziemlich alles verbunden, was wir können. Unser Körper ist dann bereit für den Makeover. Das bedeutet einfach nur, dass wir uns an den Details wie den Ohren, die hier noch ein bisschen klumpig aussehen, sowie der generellen Anatomie nochmal annehmen. ... ...